Seit gestern gilt im Parlament eine 3G-Regelung. Der Zutritt zu den Räumlichkeiten im Ausweichquartier in der Hofburg ist demnach nur noch all jenen Mitarbeitern gestattet, die entweder geimpft, genesen oder getestet sind. Norbert Hofer, dritter Präsident des Nationalrats, hat für diese Maßnahme wenig Verständnis. Ich sehe 3G am Arbeitsplatz generell kritisch und so natürlich auch im Parlament. Für Norbert Hofer steht auch weiterhin die freie Entscheidung an höchster Stelle. Jeder Mensch soll seine Entscheidung auf Basis aller zur Verfügung stehenden Informationen treffen, ob er sich impfen lässt oder nicht. Gerade im Parlament, dem Maschinenraum der Demokratie, ist es seiner Meinung nach überzogen, nun auf 3G zu wechseln, findet Hofer. Denn die letzten eineinhalb Jahre haben gezeigt, dass das Parlament im Regelbetrieb kein Ort von Corona-Klustern gewesen ist. Die Menschen, die im Hohen Haus arbeiten, haben ein hohes Verantwortungsbewusstsein. Ein 3G-Zwang ist daher nicht erforderlich, meint Hofer.